Sie haben sich ja alle an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir ja vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag jemals vergessen? Ein Dienstag war das. Der 11. September 1973. Ja, es war auch ein Dienstag. Aber wer das immer noch nicht weiß, am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, der wurde mithilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Den Mordbefehl gab der damalige Osama Bin Laden, Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende dann durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Stadthalter und Verbündeten vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Das kann man nie anders sein. Aber ich spüre ja auch heute ab wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, das ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe ja auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Es ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners jedenfalls ist mir naiv, sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Die meisten Amerikaner wissen nur eins von der Welt. Wir sind die Guten. Und das ist eine sehr schöne Sache. Denn es geht nichts über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie nur aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten. Die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus. Zum Beispiel auch damals in Persien. Heute der Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schar von Persien, Reza Pahlevi, so lange aufgerüstet, bis der über die vierte oder fünfgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schar von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer gescharrt haben, um den Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie, dass Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um Gerhard Schröder loszuwerden. Bleib mal realistisch, die verzweifelten Deutschen waren nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Aber zurück zu diesem iranischen Ayatollah. Hat funktioniert. Sie können aber Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert, da ist kein Schuss gefallen von Seiten der Demonstranten. Es sind Menschen erschossen worden von der Armee, aber es kamen immer neue Demonstranten, am Schluss standen eine Million Demonstranten auf der Straße. Die viertgrößte Armee der Welt mit Gewehr im Anschlag den Demonstranten gegenüber. Und die haben gesagt, dann schießt er. Ja komm, dann schießt er. Wie viel wollt ihr jetzt noch eins schießen? 50.000, 100.000, wie stellt euch das vor? Hier geht keiner mehr weg. Die Armee hat die entschlossene Bevölkerung gespürt. Sie hat sie in die Kaserne zurückgezogen, es ist kein Schuss mehr gefallen. Der Schar von Persi musste fliehen. Einer der mächtigsten Diktatoren der Region musste fliehen. Mit Faradiba und der Packerfächer von Kohle. Ab nach Ägypten, später zu den Kumpels in die USA. Da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. So viel zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Angela Merkel zitiere ich hier am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit erfunden, diese Frau zu beleidigen. Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg wörtlich gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich geschämt. Wir hätten doch die Merkel in ihrem bewaffneten Kampf gegen Honecker unterstützen müssen. Wir hätten doch versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR-Gewaltsein zu befreien, oder? Mit dem bisschen Glück, wer uns die Merkel als Kollateralschaden erspart gelegt hat. Ja, die Merkel sagt inhaltlich nicht vieler. Wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Da können sie fest von ausgehen. Aber zurück zu Khomeini. Khomeini hat den Schaf von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Die Amerikaner hatten bis zuletzt den Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Ein Moslem. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen. Für Katholiken unvorstellbar. Der Iran wurde damals quasi über Nacht. 1979 wurde der Iran vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslager. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpfen. Da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen. Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam Hussein. Ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, wir machen ja schon seit Jahren prima Geschäfte miteinander. Wir wissen, du bist ein zuverlässiger, skrupelloser Diktator. So, wir rüsten dich weiter auf. Du marschierst ihm Iran ein. Du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat. Und die Ölquellen, die der oberen kann, ist im Grenzgebiet des Iran. Die darfst du behalten zur Belohnung. Da drückt man Augen zu, wenn du die Grenze begraben hast. Der Hussein war sofort einverstanden. Denn mit Islam hat der Hussein noch nie was am Hut gehabt. Der Islam geht dem Hussein genauso weit am Arsch vorbei, wie dem Buch das Christentum. Ja, die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun. Da geht es um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts. Saddam Hussein wurde aufgerüstet. Wir haben ihn ja auch aufgerüstet. Es gibt die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja auch letztes Jahr die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Der Hussein ist im Grunde ein fairer Geschäftspartner. Der hat sich an die Abmachung gehalten. Der ist schon 1980 über den Iran hergefallen. Der hat den Iran überfallen. Der ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. Acht Jahre lang. Golfkrieg. Acht Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Invasionskrieg gegen sein unschuldiges Nachbarland Iran geführt. Wir waren neutral. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ja, das sind ja Arbeitsplätze. Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Nach acht Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Ich kann nicht wirklich Fuß fassen. Meine eigenen Verluste sind so groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Der Khomeini war ja acht Jahre lang geschäftig gewesen. Eine Million Tote. Schöne Verluste auf beiden Seiten. Den Amis war es gerade recht. Und der Hussein wollte aber seine Belohnung. Ja, da haben die Amerikaner gesagt, ja wie Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Nee, hat der Hussein gesagt, habe ich nicht. Ja, da hast du doch keine Belohnung. Da war der Hussein pampig. Da hat er ein bisschen rumgepampt. Und zwei Jahre später hat er gesagt, wisst ihr was? Da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait. Da komme ich viel leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal Freundchen. Welches Land überfällt es? Das bestimmen ja wohl immer nach WIA. Hussein zum Mitschreiben. Perser abknallen und Kurden vergasen. Da hat keiner ein Problem mit. Aber Kuba besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste gar nicht, was los war. Was hat er denn falsch gemacht? Hatte der Hussein irgendwas anders gemacht als all die Jahre vorher? Das muss man doch einmal erklären. Was hat Saddam Hussein 1990 anders gemacht als all die Jahre vorher? Hatte der sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. Aber über Nacht wurde Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Bösewicht des Jahrhunderts. Der neue Hitler war geboren. Darunter tun es die Intellektuellen bei uns ja nun gar nicht mehr. Unsere Intellektüllen messen alle sind Hitler. Die Spiegel-Esses dürfen Sie auch nochmal nachlesen. 1991, Hans Magnus Enzensberger, Wolf Biermann, der neue Hitler. Da können Sie mal sehr schön sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Nun musste der neue Hitler wieder bekämpft werden. Die Amerikaner haben gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Die haben eine riesen Armee am persischen Golf stationiert. Papa Busch hat die Armee dahin gebracht. Und seitdem sitzen die Amerikaner dort am persischen Golf in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon Henry Kissinger, der alte Fuchs- und Friedensnobelpreisträger, Öl ist viel zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Blöderweise sind es aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen. Es sind dummerweise gleichzeitig die Länder mit den heiligen Städten des Islam. Und da muss man ja mal fragen, was der Herrgott sich da wohl bei gedacht hat. Unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln. Denn allein die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten in diesen Ländern ist der Erfrau für den gläubigen Moslem. Für den gläubigen Moslem ist das eine Gotteslästerung, ein Sakrileg. Durch die Anwesenheit ungläubiger Soldaten werden die heiligen Städten entweiht. Das ist deren Glaube, das müssen sie einfach so akzeptieren. Das können sie ja komisch finden. Bei uns findet man den Islam ja sehr gerne komisch. Da wird im Karneval Witze drüber gemacht. Da tragen die Frauen Kopftücher, 72 jungen Frauen im Paradies. Für den Märtyrer, ne? Was für eine alverne Religion. Ich weiß ja nicht, woran Sie so glauben. Stehen Sie auf der Faltigkeit oder auf dem Freulichkeit? Gehen Sie da sonntags in den Tempel? Zur Copperfield Show? Ja, knabbern Sie am Lab Christi rum, meine ich. Magen Sie, es ist ziemlich leicht, Sie wollen Leute in der Religion lustig zu machen. Jeder hat das Recht, etwas zu glauben, meine Damen und Herren. Das ist Religionsfreiheit. Jeder hat das Recht, etwas zu glauben, wer da recht hat. Aus meiner Sicht sind alle Leute, die an so etwas glauben, einfach nur zu faul, um selber zu denken. Aber auch das ist nur meine Meinung. Wer recht hat, der weiß das schon. Das erfahren wir vielleicht irgendwann mal. Wenn ich recht habe, erfahren wir es nie. Aber eines, das müssen Sie akzeptieren. Für den gläubigen Moslem ist die Anwesenheit der Amerikaner in diesen Ländern wie für einen gläubigen Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatika. Was haben die Amerikaner da verloren? Menschenrechte schützen. Haben Sie noch einen besseren Witz auf Lager? Was die amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, das hat jetzt auch der letzte Araber kapiert, ne? Menschenintensivhaltung auf Guantanamo-Bee. Menschen Gassi führen an Hundeleinen. Naja. Menschenrechte, es geht doch nie um Menschenrechte im Nahen Osten. Hören Sie da endlich mit dem Geschwätz auf. Wenn es um Menschenrechte im Nahen Osten ging, hätte schon vor Jahrzehnten die UNO dahin gemusst. Mit Blauhelm-Truppen muss man da rein. Palästinenser und Israelis voreinander schützen. Die Extremisten auf beiden Seiten müssen dingfest gemacht werden. Die Profiteure des Konfliktes, die Extremisten auf beiden Seiten. Arafat und Sharon in eine Gummizelle. Das wäre ein Anfang, das wäre ein Symbol. Aber Frieden im Nahen Osten, das wäre doch der amerikanische Albtraum. Stellen Sie mal vor, die jungen Israelis söhnen sich mit den jungen Arabern wirklich aus. Die einen haben das Rohöl, die anderen haben das technische Know-how. Die Amerikaner stehen enggültig außen vor. Das Einzige, was die noch auf Weltniveau produzieren können, die Amerikaner, das sind Waffen. Schon alles, was kompliziert ist aus dem Kühlschrank, müssen die heute importieren. Frieden im Nahen Osten wäre der Albtraum für die Amerikaner. Es geht doch nicht um die Menschenrechte, es geht um die Ressourcen. Das wird doch jetzt so endlich offen gesagt. Es geht ums Öl, meine Damen und Herren. Endlich kommt die Wahrheit zu Tage. Deshalb muss doch die Bundeswehr umgebaut werden. Weil die NATO doch neue Aufgaben hat. Und da ist die Bundeswehr als Verteidigungsarmee natürlich ziemlich lästig. Wir sind ja eine reine Verteidigungsarmee. Grundgesetz, aber da steht da so ein Schwachsinn drin. Die Bundeswehr ist dazu da, an der Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis das Militär kommt. Ist ja nie einer gekommen. All die Jahre nicht. Das Einzige, wofür unsere Panzer gut waren, waren Flurschäden in der Lüneburger Heide. Wir haben einsehen müssen, nach 60 traurigen Jahren, keiner will mit uns den deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Und jetzt sollen die deutschen Soldaten wieder überall mitkämpfen dürfen. Peter Struck sagt heute, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Als er den Satz im Frühjahr gesagt hat, meine Damen und Herren, da war mir schon klar, dass bei dem mit der Durchblutung nicht mehr alles ganz in Ordnung ist. Die NATO hat eine neue Doktrin, da steht drin, NATO-Soldaten, also auch Bündnis-Soldaten, dürfen noch außerhalb des Bündnisgebietes, out of area, eingesetzt werden, wenn zum Beispiel der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet erscheint. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir schützen nicht mehr das, was uns gehört, wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Aus dem Volk ohne Raum wurde ein Volk ohne Ressourcen. Und der Volksmund spricht von unserem Öl. Also reden die Leute da auf der Straße. Am Stammtisch. Unser Öl. Was tut der Araber denn damit? Da sitzt er ja bloß drauf. Unsere Wirtschaft braucht das. Unser Öl. Nach derselben Logik hätte der Hussein hier seine Tankstellen verteidigen kommen können. Die USA haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal haben sie ihn vernichten besiegt. Weil er eben kein Hitler ist, Herr Enzensberger. Gedichte mögen Sie ja interpretieren können. Aber beim Rest halten Sie doch einfach mal die Schnauze. Hussein. Hussein hat immer taktiert. Was geht, was geht nicht. Denken Sie zurück an den ersten Krieg gegen Hussein. 1990. Die Amerikaner haben die Riesenarmee stationiert. Papa Busch hat die Armee dahin gebracht. Am 17. Januar 1991 ging es los. Präzisionsbombe nochmal. Erstmal vier Wochen lang Bombe nochmal. Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision. Die können mit chirurgischer Präzision aus fünf Kilometer Höhe. Die können keine Maschinen bauen und Zettel zählen können. Aber die können aus fünf Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die von der UNO verbotenen Splitterbomben um die Zivilbevölkerung drumherum abwerfen. Wenn da einer blöd beiseite springt, kann man jetzt nichts machen. Was die Amerikaner damals getroffen haben, ist im Nachhinein bekannt geworden. Die haben tausende von irakischen Panzerattrappen zerstört. Diese Aufblaswaren, diese Beate-Use-Modelle. Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Angekündigt hatte Papa Busch die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Ja, es ging ja gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Bei der Panzerschlacht sind dann 14 oder 17 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Ist das eine Panzerschlacht? Ich bitte Sie, da ist aber jede Nebelunfall auf der A3 mehr los. In beiden Kriegen gegen Hussein zusammen sind weniger amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Und die Hälfte ist in beiden Kriegen von eigenen Kameraden erschossen worden. Alles wie zu Hause, von Jungs aus Chicago. Killed by friendly fire, wie die Amerikaner sagen. Nennen Sie das wirklich ein Krieg? Wenn auf einer Seite 150 Menschen sterben, auf der anderen Seite 30.000, ist für Sie ein Krieg? So zynisch sind Sie? Ich nenne das eine Verprügelungsaktion. Diesmal haben die Amerikaner gar nicht mehr so getan, als wenn Sie ein Krieg wären. Einfach reinmarschiert sind die mit den Panzern. Die sind mit ihrer kleinen Truppe so schnell auf Bagdad vorgerückt, das einzige Problem war die Betankung der Panzer. Die sind mit den Tanklastzügen nicht schnell genug hin und her gekommen. Die haben an ganz normalen irakischen Tankstellen Benzin gekauft. Das ist ein Krieg, wa? Stellen Sie mal vor, der Russe von Köln muss nach Düsseldorf zurück zum Tanken. Nehmt ihr doch Rubbel. Nein, nix, Visa. Rubbel, es ist Krieg. Rubbel. Und zwei Mars. Womit hätte denn die großartige irakische Armee kämpfen sollen? Die irakische Armee verfügt über alte Panzer. Die können andere Panzer auf 500 Meter Entferner zerstören. Das wussten die Amerikaner ganz genau. Die Amerikaner haben die neuesten Panzer dahin gebracht. Die können andere Panzer auf 1500 Meter Entferner zerstören. Satellitengestützte Navigation, Zielerfassung und Aufklärung. Da können Sie dreimal raten, wer da gewinnt. Da können Sie auch Vitali Klitschko auf einen Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf, der Kleine hat einen schweren linken Hake, nämlich in Acht. Aber der Hussein hatte ja die Massenverdichtungswaffen. Das ganze Land war ja voller Massenverdichtungswaffen. Wo sind die eigentlich abgeblieben? Das fragt man sich ja auch. Der Putin hat einen schönen Satz gesagt, kurz nach Kriegsende letztes Jahr. Der Putin hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Selbst dafür ist diese Kifferarmee zu blöd. Ja, der Putin war auch mal Chef vom KGB. Der Bush war ja nun mal Mitglied der örtlichen anonymen Alkoholiker. Wo sind die Massenverdichtungswaffen? Wo sind die ganzen Gründe für den Krieg geblieben, meine Damen und Herren? Erinnern Sie sich noch an die Gründe für den Krieg? Erst hieß es, der Hussein, der steckt hinter dem 11. September. Der hat damit zu tun. Der hat das zumindest finanziert. Der steckt mit Al-Qaida unter einer Decke, wenn er nicht sogar der treibende Motor da ist. Als das nicht ausreichte für einen Krieg, hieß es plötzlich, ja, der steht kurz vor der Entwicklung der Atombombe. Der hat Uran angekauft in Afrika. Der englische Geheimdienst von Tony Blair verfügt über ein lückenloses Dossier, das beweist, dass der Uran angekauft hat in Afrika. Als das immer noch nicht ausreichte, da kamen die Milzbarnangriffe. Können Sie sich erinnern? Milzbarnattacke in Amerika. Das war auch der Hussein. Ja klar, sofort, wer soll das sonst gewesen sein? War immer noch nicht genug. Plötzlich kamen die Massenverdichtungswaffen ins Spiel. Der hat Unmenge von Massenverdichtungswaffen. Dann hieß es, der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Auch ein Dossier vom britischen Geheimdienst. Der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde Europa angreifen. Wissen Sie, wer dem britischen Geheimdienst das erzählt hat? Der jetzige Ministerpräsident des Irak, Herr Alawi. Kennen Sie den eigentlich? Das ist ein alter Geheimdienstmann von Saddam Hussein. Ein alter Kumpel von Hussein. Die haben in den guten alten Zeiten zusammen die Bevölkerung unterdrückt. Und dann haben die sich zerstritten, wie der Perverbrech hat ja schon mal so passiert. Der Alawi hat den Kürzern gezogen und musste fliehen. Abgehauen ist er nach England. Von da aus hat er seitdem den Widerstand gegen seinen alten Kumpel Hussein organisiert. Mit Anschlägen im Irak und allem drum und dran. Und um endlich die Weltbevölkerung dazu zu kriegen, ihn wieder da zu installieren, hat er den Engländern erklärt, er wüsste ganz genau, der Hussein hätte Waffen, die könnten ihn auch von einer Dreiviertelstunde in ganz Europa angreifen. Und zum Dank haben die Engländer ihn ja jetzt zum Ministerpräsidenten gemacht. Nichts von den ganzen Gründen war korrekt. Es war alles erstunken und erlogen. Viele haben das damals schon gesagt. Und wie sagte Herr Schäuble damals auf den Vorwurf, der Krieg ist ungerechtfertigt? Herr Schäuble sagte in einem Vortrag, der Irak-Krieg ist eine schlechte Lösung. Aber eine noch schlechtere Lösung wäre eine gedemütigte Weltmacht USA. Da können Sie mal sehen, was für ein Kelch an uns vorbeigerollt ist als Bundespräsident. Vergessen Sie es nie wieder, das perverse Weltbild des Dr. Wolfgang Opferschäuble. Der Schäuble hat doch im Prinzip gesagt, ein paar tausend tote Iraker sind schlimm. Aber noch schlimmer wäre, wenn die Regierung Bush zugeben müsste, dass sie gelogen hat. Saddam Hussein als Hitler. Und inzwischen hat der Bush zugegeben, ja es war alles erstunken und erlogen. Während Friedbert Pflüger, der außenpolitische Experte der CDU, noch glaubte, nächste Woche finden sie die Massenverdienstungswaffen, hatte Bush dann nächstes gesagt, ja wir wissen ja, das war alles gar nicht wahr. Da hat der Kaufer doch kein Problem mit ihr gehabt. Bush hat da gestanden und hat gesagt, ja, mein Freund Toni Blair glaubt bis heute, dass mit dem Uran, der in Afrika war, unter uns, das hat man geheimlich sich aus den Fingern gesaugt. Die mussten irgendwas noch ausberichten, die Jungs wollen ja auch ihr Geld verdienen. Al-Qaida und Kontakte zu Hussein, müssen wir heute sagen, hat es nie gegeben. 11. September hat der Hussein nichts mehr zu tun gehabt. Milzbrandangriff in Amerika, da haben sie nie wieder was von gehört, oder? Das letzte, was ich gelesen habe vor über einem Jahr war, dass die Milzbrandviren aus einem amerikanischen Militärlabor stammten. Danach ist nie wieder was darüber geschrieben worden. Denn dass der Hussein in ein amerikanisches Militärlabor eingebrochen wäre, um unbemerkt Milzbrandviren zu klauen, das hätte nicht mal die Merkel geglaubt, meine Damen und Herren. Busch sagt heute, ja, auch die Massenverdichtungswaffen hat er wohl schon länger vorher vernichtet. Wir wissen es heute alles, wir geben es zu, es gab keinen echten Grund für den Krieg. Und trotzdem war der Krieg gerechtfertigt, sagt der Busch. Er sagt wörtlich, ich musste etwas unternehmen, ich konnte diesen gefährlichen Irren nicht an der Spitze dieses Staates lassen. Und meine Damen und Herren, wenn das in Zukunft der Grund für einen demokratisch geführten Krieg ist, wenn ein gefährlicher Irrer an der Spitze eines Staates steht, ich weiß ja nicht, woran Sie jetzt denken. Aber in Italien würde ich auch schon mal die Jalousien runterlassen. Oder sagen wir mal was andersrum, in Hessen und Bayern haben die seit Jahren sehr viel Glück gehabt. Saddam Hussein als Hitler, haben Sie ihn gesehen in seinem Erdlauch, was für eine Fehlbesetzung, ne? Ich sehe Peter Schallatur noch vor mir in den Talkshows vor dem Krieg. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Das sind Fanatiker, hat der Schallatur gesagt. Das wird einen Häuserkampf geben. Die Amerikaner werden in Bagdad Haus für Haus erobern müssen. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Peter Schallatur, den hat der Vietkong auch nicht vollgetroffen. Haben Sie ihn gesehen in seinem Erdloch? Nicht schießen, ich bin der gewählte Präsident des Irak. Was für ein Hitler, wa? Ich habe gedacht, die haben den Tierse da aufgegriffen in Bagdad. Zweimal haben die Amerikaner ihren Verbündeten Saddam Hussein besiegt. Und Papa Bush war clever. Der hat den an der Macht gelassen, geschwächt an der Macht. Schiiten, Sunniten, Kurden war sein Problem, weiterhin. Total geschwächt, absolutes Handels-Embargo. Ein Arschloch im Wandschrank, für eine Welt macht eine prima Sache. Ja, wenn es zu Hause nicht so läuft, wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt das Arschloch aus dem Wandschrank, bum 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 bum. Da kommt er wieder weg. So auch jetzt beim Terrorismus. 11. September. Alle sind geschockt, vor allen Dingen in Amerika. Auch zurecht geschockt. Was können wir tun? Wir müssen irgendwas tun. Wir müssen irgendwas bombardieren. Als Antwort, ja. Bombardieren wir Afghanistan? Prima, da ist eh schon alles kaputt. Mach los. Also. Vier Wochen Bombardement. Super. Terrorismus weg? Nee, Taliban sind weg. Terrorismus ist immer noch da. Wir können ja nicht mal uns nochmal mit den Laden fangen. Sag mal ehrlich. Aber wir wissen noch, wo ein Arschloch im Wandschrank sitzt. Ja, hat der was mit dem 11. September zu tun? Nee, aber wir wissen, wo er ist. Also, raus damit. Bomb, 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 bomb. Und was macht der blöde W? Er macht den Wandschrank leer. Ich sah den, ja. Wer ist jetzt in Zukunft schuld? Jetzt haben die Syrer Angst, dass sie in den Schrank müssen. Es geht doch um die Freiheit. Afghan ist aber auch besetzt vor bösen Russen damals. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss doch raus. Wer kann das für uns machen? Da haben die wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, wir rüsten dich auf. Und da kämpfst du gegen die gottlosen Russen. Ja, mit wem soll ich denn kämpfen, hat der Osama gesagt. Ich habe doch hier keine Leute. Diese paar afghanischen Freiheitskämpfer, die hier rumlaufen, da kann ich nichts mehr tun. Leute besorgen wir dir auch, haben die Amerikaner gesagt. Das war die Geburtsstunde von der Al-Qaida. Denn das Problem in Afghanistan bis heute sind nicht die alten afghanischen Freiheitskämpfer. Das Problem sind die Söldner, die da hingebracht worden sind. Die Amerikaner haben, um die Russen zu vertreiben, da sind die Amerikaner stolz drauf, da brüsten die sich mit, die haben 100.000 Söldner angeworben. Die haben mit Hilfe von Saudi-Arabien in den arabischen Ländern 100.000 fanatische junge Moslems angeworben und nach Afghanistan gebracht. Die haben diese religiösen Wirrköpfe, diese zu allem entschlossenen potenziellen Selbstmordattentäter, die haben die praktisch der Hamas unter der Nase weggeschnappt und haben denen in Afghanistan ein besseres Angebot gemacht. Man könnte auch sagen, die USA sind der FC Bayern München gegen das internationalen Terrorismus. Und dann hat der Osama Bin Laden mit seinen Mujahideen gegen die gottlosen Russen gekämpft, mit Unterstützung der Amerikaner. Zehn Jahre lang. 15.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren noch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, Sie haben noch so ein klares Weltbild. Sie müssen noch mal helfen. Ein Land ist besetzt, Frau Merkel. Und eine Gruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik, nach Sharon-Logik, hätten die Russen damals einfach nur in Washington in der Fußgängerzone mit Kampfhubschraubern Regierungsmitglieder angreifen müssen, um den afghanischen Terroristen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut, sagen wir mal so. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben, nach zehn Jahren. Das Land war komplett zerstört, aber frei. Und die Amerikaner haben gesagt, super, guckt euch da, euer Land, alles ist frei. Ja, es sieht nicht so schön aus. Aber es ist euer Land, viel Spaß damit. Ja, wie total vermint. Habt ihr schon mal Bodenschätze? Man hat die afghanischen im Dreck sitzen lassen. Man hat die ihrem Schicksal überlassen. Was haben die hunderttausend Söldner gemacht? Die hatten nie was anders getan als gekämpft. Die haben weiter gekämpft. Die haben sich neue Auftraggeber gesucht. Die Landesfürsten, die verschiedenen Landesfürsten in Afghanistan. Und seitdem kämpfen die alten Söldner da in verschiedenen Konstellationen immer wieder gegeneinander. Zwischendurch gingen die Taliban als Ordnungsmacht hervor. Und als ihre Brüder und Schwestern in honor von den gottlosen Russen befreien wollten, da waren es dann echte Terroristen. Denn die USA hatten schon wieder die Seite gewechselt und sich diesmal mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbindet. Das ist ein Massenmörder, oder? Tschetscheni, das ist Völkermord. Das sind ethnische Salberungen. Das könnt ihr sogar in jeder konservativen Seite nachlesen. Massenmörder Putin, das sind die Leute, mit denen mein Kanzler gerne seinen 60. Geburtstag verbringt. Für die Ehrendoktorwürde der Universität Hamburg hat das nicht ganz gereicht. Aber für den 16. Geburtstag von Schröder, da reicht es dann. Ja, hören Sie mal, der Unterschied zwischen Putin und Hussein besteht doch nicht in der Zahl der Menschen, die die offen gewissen haben. Der Unterschied besteht darin, der Putin hat die Waffen, die dem Hussein nur unterstellt worden sind. Hätte der Hussein all die Waffen wirklich gehabt, der wäre doch niemals angegriffen worden. Der war heute noch im Amt, der wäre bei Schröder auf den 60. Geburtstag eingeladen worden. Der würde im Bundestag und auf der UNO oder würde der Reden schwingen über die Bekämpfung des schiitischen Terrorismus in seinem Land. Und der Al-Abi war Staatsfeind Nummer 1 und Terrorist. Die Amerikaner haben die Mujahidee benutzt in Afghanistan. Sie haben sie benutzt wie Klopapier. Und dann haben sie sie weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier rum, das fällt. Das sind Menschen. Selig zerstörte Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, an dem sie abgewischt worden sind. Und ich hoffe, Sie können eine Erklärung von einer Rechtfertigung unterscheiden. Denn zu Rechtfertigen gibt es ja gar nichts. Die Anschläge sind widerlich. Egal ob in Bagdad, in Madrid, in Washington oder New York. Es ist einfach entsetzlich. Was ich allerdings auch nicht begreife bis heute, ist, wie so ein Selbstwort Attentäter feig und hinterhältig ist und ein Bomberpilot, der aus 5 Kilometer Höhe Bomben auf unschuldige Menschen schmeißt, mutig und tapfer ist. Das verstehe ich auch nicht. Aber die Anschläge waren widerlich. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, dann ist bei uns gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Nach dem 11. September dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit, dem Fachblatt der Deutschen Intellektüllen. Nichts wird jemals wieder, die hätten auch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Intellektuelle Hilflosigkeit in die Zeitung gekackt. Apropos intellektuelle Hilflosigkeit. Franz Müntefering. Auch immer für den Scherz gut. Müntefering meinte nach den Anschlägen des 11. September, als bei uns die Börse einbrach, das wäre so in der Globalisierung, hat der Müntefering gesagt. Wenn auf der Welt irgendwas passiert, betrifft uns das jetzt hier auch. Müntefering, ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch, als in Ruanda eine Million Tutsis für den Hutus ermordet wurden. Damals mit Hilfe der Franzosen. Jeder darf ja mal. Müntefering, der brach bei uns die Wirtschaft zusammen. Weißt du noch, Müntefering, Globalisierung. Wir exporten dazu Nummer eins, eine Million Konsumenten auf einen Schlag weg. Da werden schon 3000 Tote im World Trade Center. Am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% Wert verlieren lassen. Aber da wird der Müntefering Ihnen mit Hilfe der Analysten erklären, Sie dürfen das nicht mengenmäßig beurteilen. Sie können 3000 Amerikaner nicht mit einer Million Afrikaner gleichsetzen. Die müssen das qualitativ einschätzen lernen. In Südafrika sterben jedes Jahr eine Million Menschen an Aids. Man kann die Leute lange am Leben halten. Man kann Aids nicht heilen. Man kann aber den Ausbruch der Krankheit viele, 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 viele Jahre hinaus zögern. Die Medikamente gibt es, die sind aber so teuer, die kann sich kein Afrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung einen schönen Vorschlag gemacht. Die haben gesagt, wir stellen das Zeug selber her. Wir machen alles selber. Wir geben das zum Selbstkostenpreis an die Leute ab, retten unsere Menschen und euch kostet das überhaupt nichts. Wir brauchen nur die Lizenz. Die Erlaubnis, es tun zu dürfen. Und da hat George W. Bush damals auf der Welthandelskonferenz vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, das täte ihm wirklich leid, aber billige Medikamente, das verstieße gegen die Prinzipien der freien Weltwirtschaft. Und das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren. Damit Sie wissen, wofür wir kämpfen, leben und sterben. Das Überleben von Negern ist den Aktionären der Pharmakonzerne nicht zuzumuten. Es verstößt gegen die Prinzipien der freien Weltwirtschaft. Sie wundern sich, dass wir Bomben unter den Aschelicht kriegen? Wann fangen Sie an, sich zu wundern, warum wir so wenig Bomben unter den Aschelicht kriegen? Wir werden aber fünf kostbare Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt mehr in der Praxis ausprobieren wollte. Da musste die Firma Bayer aus Leverkusen sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. Es gab nur ein Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt von Bayer Leverkusen, das Geschäft des Jahrhunderts und die Amerikaner haben gesagt, Patent? Die Komiker vom Rhein. Das könnt ihr euch in die Haare schmieren, das Patent, das heben wir morgen auf. Nationaler Notstand, nur guckt doch nicht so blöd. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat zwei Tage verhandelt, hat den Preis um die Hälfte gesenkt. Das ist freie Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Denken Sie in Zukunft immer dran. Freie Marktwirtschaft heißt nur eins. Fünf Amerikaner sind zehnmal so wertvoll wie eine Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsfeld ist die Stinkmorschel, aber der Amerikaner, der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Wir Europäer sind vielleicht ein Gänseblümchen. Der Rest ist Unkraut, da können Sie eine Pfeife rauchen. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh. Die Kinder verklagen Sie noch, weil die mit einem traumatisierten Vater groß werden müssen. Wenn aber eine amerikanische Friedenskampf-Bomber- Erhaltungsstaffel Das wiederhole ich, ich bin froh, wenn das einmal richtig rauskommt. Wenn die in Afghanistan Patrouille fliegt und in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit und es ist gute afghanische Tradition bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen und es ist gute amerikanische Tradition wie wir jetzt auch aus dem Irak wissen Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern. Dann zahlt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen für jeden der 46 irrtümlich erschossenen Hochzeitsgäste 200 US-Dollar Entschädigung. Das ist der offizielle Kurs für irrtümlich erschossenen afghanischen Zivilisten. 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber Sie können mal überschlagen, wie viele Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner einen heißen Kaffee bei der Hose schütteln können. Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Peter Struck blieb es vorbehalten zu rufen, jetzt sind wir alle Amerikaner. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon Probleme genug damit, Deutscher zu sagen. Ich bin mit meinem bisschen Menschsein derart ausgelastert zum Deutschsein komme ich ganz selten. Plötzlich waren wir alle Amerikaner. Vor ein paar Monaten waren wir plötzlich alle Spanier. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Vielleicht sind wir morgen alle Franzosen, Holländer oder Belgier. Man muss ja schon nachschauen, um zu wissen, was man sein muss. Nur eines bleibt Ihnen erspart. Der Struck wird nie kommen und sagen, jetzt sind wir alle Afrikaner. Was uns nicht erspart blieb, war der Kanzler mit seinem unglaublichen Geschwafel von der uneingeschränkten Solidarität. Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt. Angela Merkel hat ja wirklich versucht, Karriere als Busch-Zäpfchen zu machen. Und sie hat es angekündigt, kurz nach den Anschlägen auf einer Pressekonferenz sagt ihr diese Frau wörtlich, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Dann hat sie vergessen, noch hinten die Pumps zusammenzuschlagen. Zu allem bereit, Merkel. Von solchen Menschen wurde Deutschland immer gerne reagiert, nicht? Naja, zu allem bereit. Ami-Befühl, ich folge dir, oder was? 40 Jahre Diktatur gehen wohl doch nicht so Spur, dass er in der Festplatte vorbei. Früher hieß es Helm ab zum Gebet, heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Natürlich hat sich auch etwas verändert, nach den Anschlägen, auch in Deutschland. Wir Deutschen, wir Deutschen sind doch normalerweise ein Volk von 80 Millionen Fußball-Experten und potenziellen Bundestrainer. Und damals wurden wir quasi über Nacht zu einem Volk von 80 Millionen Islam-Experten und potenziellen Antiterrorspezialisten. Und die große Frage ist doch bis heute, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen? Das Tragen von Kopftüchen und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmarkt rausgestellt. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie, die haben die Werte abgemacht? Da können wir sie nicht mehr finden. Woran erkennen Sie Terroristen? Neonazis erkennen Sie leicht. Funktionäre von der NPD, die erkennen Sie am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz. Aber woran Terroristen? Mohamed Atta, die Terrorbestie aus Hamburg, war doch genau das, was sich Otto Schilly und der Beckstein unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellen. Mohamed Atta sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie zwei Drittel unserer deutschen Schüler. der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Da wissen Sie nicht mal, was das ist. Der hat die GEZ-Gebühren bezahlt als Student. Sofort wurden die Kriterien für die Rasterfahrung verändert. Es musste was passieren. Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie die Bedrohung nicht? Wie viele Deutsche? sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben. Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Seit Januar 2002, extra Aufstieg auf die Tabaksteuer. Zweckebunden für den Kampf gegen den Terror. Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihre Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Man ist ja schon froh, dass man bei der Flut im Osten nicht auf die Trinker zurückgegriffen hat. 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben in den Folgen von Saufen. 6.000 bis 7.000 sterben im Straßenverkehr. Der Preis der Mobilität lese ich in der Zeitung. Weil Geiz ja geil ist, lassen die Spediteure ihre Lkw-Fahrer so lange durch die Gegend fahren, bis die übermüdet einschlafende Menschen totfahren. Ungebremst aufs Stauende. Unerklärlich. Der Preis der Mobilität. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. Deren Trefferquote liegt wesentlich höher. Noch mal 6.000 Deutsche sterben durch Grippe. Jedes Jahr stinknormale Grippe, nicht SARS oder sowas. 15.000 Deutsche sterben durch Ärztepfusch. Jedes Jahr 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Da muss ein Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Hartmann bunt Montags Nachmittags. Aber was sind all diese Toten? Was sind sie im Vergleich zur Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus? Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlam das Leben kommt. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie noch so sinnlos sind. Die Bevölkerung muss das Gefühl haben, es werden Maßnahmen ergriffen zur Sicherheit. Metin Kaplan muss ausgewiesen werden, der Kalif von Köln. Er tanzt dem Rechtsstaat auf der Nase herum. Soweit haben wir es gebracht. Dass Menschen, die ihre vom Gesetz verbrieften Rechte in Anspruch nehmen, dem Rechtsstaat auf der Nase herum tanzen. Soweit hat es die Hysterie in Deutschland schon wieder gemacht. Jetzt wollen sie potenzielle Terroristen ausweisen. Das wird lustig. Wie heißt die Formulierung im Gesetz? Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Mal gucken, wie lange das Bundesverfassungsgericht braucht, um den wieder zu kippen. Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Das war der Irak-Krieg auch. Tatsachengestützt vom Geheimdienst. Wollen sie wirklich Deutschland sicher machen, indem sie potenzielle Terroristen ausweisen? Wie naiv sind sie eigentlich? Wann haben sie Deutschlands Grenzen zuletzt in Ruhe mal angeguckt? Wollen sie Terroristen rausschmeißen? Wer hier rein will, wirklich was anstellen will, der schafft das auch. Da können sie doch in einem Haus alle Fenster einschmeißen und sagen, jetzt schmeißen wir mal alle Mücken raus. Es gibt nur eine Möglichkeit, Deutschland richtig sicher zu machen und die haben wir 1989 abgerissen. Vielleicht ist es das, was Beckstein, Chili und Schönbaum eigentlich wollen. Eine schöne Mauer, die ist mal ganz drumherum um ganz Deutschland, eine richtig schöne Mauer. Eine riesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Alle Ossis haben wieder einen Job. Die schießen sie auf die, die rein wollen, nicht mal auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir so rechtzeitig umtrainieren. Der Fingerabdruck muss in den Personalausweis. Na klar, der Otto Schill hat gesagt, der Beckstein hat recht und wir sollen uns nicht anstellen mit dem Datenschutz. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Und das stimmt, das hat der General Franco noch eingeführt. Schillis großes Vorbild. Ist in Spanien blöd gelaufen, hat einen Diktator eingeführt, ist der Demokratie in die Hände gefallen. Schillis macht das lieber umgekehrt. Und sobald wir den Fingerabdruck im Personalausweis haben, dann sind wir sicher, ne? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die armen Spanier. Bis neulich.